Wir stehen jetzt hier auf dem Deich bei Grafsinsel, der zum Rhein herabführt. Der Rhein führt Hochwasser. Noch dürfen Schiffe fahren, aber die Bäume alle unter Wasser stehen. Und das bis auf den Deich, das Vorland von Grafsinsel, überflutet ist. Aus den tiefer gelegenen Teilen des Campingplatzes wird Wasser in den Rhein gepumpt, damit hier nicht alles abzurechnen.